Heute lese ich aus der Offenbarung, Kapitel 1, Abvers 17. Und als ich Johannes ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Jesus ist der Erste und der Letzte. Johannes muss lernen, dass die Verfolger der Christen nicht das letzte Wort haben werden. Sie werden die Gemeinde nicht zerstören können. Jesus ist der Erste und der Letzte. Jesus überwacht die Zeit. Am Ende werden sich alle vor Jesus beugen müssen. Er ist auch der Erste und Letzte in unserem Christenleben. Im Hebräerbrief lesen wir, dass Jesus der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist. Er bewirkte den Glauben in uns und wird ihn auch in uns vollenden. Er ist der Erste und der Letzte. Mein Leben gleicht einem Buch. Er fing an, unsere Lebensgeschichte zu schreiben und er sieht auch alles, was in unserem Leben oder in dieser Welt noch geschehen wird. Er sieht alles vom Ende her. Er wird auch das letzte Kapitel schreiben und dann will er uns zu sich nehmen in seine Herrlichkeit. Er bringt mich mit meiner kleinen Lebensgeschichte und die Welt mit der großen Weltgeschichte ans Ziel. Diese Sicht dürfen wir niemals verlieren. Unser Herr steht über allem. Am Ende steht Jesus Christus. Er ist der Erste und der Letzte. Jesus hat den Tod besiegt. Er ist der Lebendige von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann sagt er zu Johannes, Und ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Jesus hat die Schlüsselgewalt. Wir alle kennen Erfahrungen mit verschlossenen Türen. Wie dumm, wenn es schon mal passierte, dass ich den Zündschlüssel im Auto stecken ließ. Wie unangenehm vor der verschlossenen Tür zu stehen und dann festzustellen, dass man den Haustürschlüssel vergessen hat. Wie frustrierend, wenn sich am Bahnsteig die automatischen Türen der S-Bahn vor der Nase schließen und der Zug abfährt, obwohl ich mich so sehr beeilt habe. Johannes sieht Jesus Christus als den Mann mit der Schlüsselgewalt. Er hat die Schlüssel zu allen Türen des Universums in seiner Hand. Wir sagen manchmal, wer die Schlüssel hat, ist der Chef. Ja, Jesus ist der Chef. Seine Macht und Autorität bedeuten, er allein kann Türen aufschließen und zuschließen. Wenn Jesus die Schlüssel des Todes und der Hölle hat, dann können wir auch davon ausgehen, dass er auch alle anderen Schlüssel in der Hand hält. Er hat die Schlüssel zu den Herzen der Menschen. Wir hören von der Lydia aus Philippi in Apostelgeschichte 16, Vers 14, Der Herr aber tat ihr das Herz auf. Diese Öffnung des Herzens für das Evangelium und für Jesus Christus liegt nicht in unserer menschlichen Macht. Ja, wir können predigen. Wir können und sollen von Jesus weitersagen. Wir dürfen für Menschen beten. Zum Zeugendienst sind wir berufen, aber überzeugen muss der Heilige Geist. Herzen öffnen tut der Herr allein. Wehe uns, wenn wir falsche Techniken und Manipulationsversuche einsetzen, um Menschen zu gewinnen. Nein, die Schlüsselgewalt zu den ungläubigen Herzen hat nur Jesus allein. Wie gut zu wissen. Meine Aufgabe ist es, das Evangelium weiterzugeben, von Jesus zu zeugen. Die Überzeugung, das Öffnen der Herzen, das steht nicht mehr in meinem Machtbereich. Hier kann ich alles getrost dem Heiligen Geist abgeben. Hier kann ich wissen, Jesus hat die Schlüssel in seinen Händen. Er baut seine Gemeinde, er baut sein Reich. Er ruft und öffnet Herzen. Auch zu allen anderen denkbaren Möglichkeiten kann der Herr die Tür aufschließen. Ich finde es so schön, was Jesus hier über die Gemeinde in Pheidelfia sagt. Da lesen wir in Offenbarung 3, Vers 8 und dem Engel der Gemeinde in Pheidelfia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat, den Schlüssel Davids, auch hier sehen wir wieder, wie Jesus sich vorstellt, als den, der die Schlüsselgewalt hat, der auftut und niemand schließt zu. Und der zuschließt und niemand tut auf. Hier sehen wir schon den großen Kontrast zwischen der göttlichen Gewalt und der menschlichen Gewalt. Wenn Jesus, der die Schlüsselgewalt hat, auftut, dann kann niemand unter den Menschen mehr zuschließen. Aber wenn er zuschließt, dann kann auch niemand mehr unter den Menschen aufschließen. Wenn wir vor einer Tür stehen, die von Gott zugeschlossen wurde, dann sollten wir niemals versuchen, sie mit aller Gewalt zu öffnen. Hat er aber für uns eine Tür aufgetan, dann ist das ein Kairos-Moment. Dann sind das die Möglichkeiten und Augenblicke, die wir nutzen müssen und wir sind gerufen, durch diese Tür zu gehen. Jesus spricht zu dieser Gemeinde, ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt. Und hast meinen Namen nicht verleugnet. Was für eine besondere Zusage für diese Gemeinde. Jesus hat für sie eine Tür aufgetan. Niemand kann sie zuschließen. Das heißt, für die Gemeinde in Philadelphia waren die Türen geöffnet für Mission und Evangelisation. Es sollte immer unser Gebet sein, als Einzelne, aber auch als Gemeinden. Herr, gib mir, gib uns Möglichkeiten. Schenke uns eine offene Tür. Als Missionar erkenne ich die Notwendigkeit dieser Bitte immer mehr. Und wie schön, wenn Türen sich öffnen. Plötzlich bekommt man neue Kontakte, die wiederum den Weg freimachen, für Schuleinsätze oder Nachbarschaftshilfen. Hat Gott uns offene Türen geschenkt? Wollen wir offene Türen? Manche Christen möchten sie gar nicht. Sie fühlen sich wohl in ihrer meist kleinen, engen Welt, die so gemütlich geworden ist mit Traditionen und Formen, die man nicht aufgeben möchte. Offene Türen aber bedeuten Aufstehen, Bewegung, Dynamik, Losgehen, Kairos-Momente nutzen, Offensein für die Leitung des Heiligen Geistes, Gespannt sein, was Gott tut. Jesus ist der Herr seiner Gemeinde. Er kann uns Türen öffnen. Vielleicht stehst du jetzt gerade in deinem Leben vor einer verschlossenen Tür. Dann darfst du bitten, dem, der die Schlüsselgewalt hat, Herr, schenke mir eine offene Tür. Das war für Johannes auf Patmos wirklich ein Schlüsselerlebnis, als er den Menschensohn in seiner Herrlichkeit sah. Er wurde von ihm ergriffen und berührt. Jesus legte seine Hand auf ihn und sagte, fürchte dich nicht. Diese Zusage brauchen wir auch jetzt in dieser Corona-Zeit. Fürchte dich nicht. Er legt jetzt auch seine Hand auf jeden von uns. Der auf ihn hört, sich zu ihm wendet und sich vor ihm beugt. Er sagt, auch zu dir, fürchte dich nicht. Du gehörst zu dem, der die Schlüssel hat. Er kann Türen öffnen. Und wenn du vor einer offenen Tür stehst, dann höre diese Worte umso mehr. Fürchte dich nicht. Du darfst durchgehen durch diese geöffnete Tür und du wirst umso mehr seine Gegenwart erleben. Fürchte dich nicht. Im Blick auf Karfreitag und auf Ostern eine große Zusage. Wir haben einen Herrn, der die Schlüssel in seinen Händen hält. Amen. Amen. Vielen Dank.